Der Umweltschutz spielt für uns natürlich eine wichtige Rolle. Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, da sind wir alle im Augenblick gefragt. Wenn man die Sahne aus Lahmstedt nimmt, ist das regional. Wenn man versucht, mit einer Mühle zusammenzuarbeiten, die in der Region ist, da gibt es ja hier oben auch nicht mehr so viele von. Aber wenn man das tatsächlich irgendwie in seinem Unternehmen versucht durchzuführen, dann sind wir der Erste, der mitmacht. Und dafür steht die Beko, dass man einfach versucht, auch ein bisschen regionaler zu werden. Und das ist mir ganz wichtig.